ich denke mir das wird ein pok plastiges game gehen immer davon aus besser stehen warum nicht wie so man timo streamt oder also wir haben halt kein damals packen kein tank so und die gegner haben einfach diana und und parking ding salter mundo im menschen und zwar ihn wird auch nicht allerdings das wird auf jeden fall safe kranken klären wo hin zu infiniti into lord dominix na schuhe alter also sie haben keinen dings in source 9 und das ist ein pok das ist eine dings Es ist nur Pokes hier wie Adal Gut, dass ich nochmal reingeguckt habe Okay Hey Ich muss einfach reinpushen. du kannst anfangen zu spielen bitte es ist anstrengend alleine wieder auf der bot zu spielen es ist so anstrengend auf der bot zu spielen weiß ich wo der jungler ist topside hat so schlecht gespielt okay so ein ist weg ja schön ist hier jetzt los könnte das eigentlich bleiben und solange nicht stand ist eigentlich alles safe ist alles super safe bei mir hat er richtig reingehackt griech nicht schießt das einfach oh sie geht ihn nicht sie geht ihn nicht nein es geht auch hier hola was ist da los einfach raus leute 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 aber treibt nicht nicht zu gerieter werden nicht zu gerieter werden weil ich fahren wie der letzte gockel junge schwöre hier aber nur weil es so wacke und behind hinten steht ich kann halt nicht fahren wenn ich verkehren auf top 8 muss ich nicht gestunnt werde alter ja wo ist mein knopf ja wie gesagt spiele in zeitpunkt wo ich halt nichts machen kann ich hab das farm verlernt ich schwöre dir aber bei der auf dog auf und das ist einfach ein freedom da müssen sie allerdings Das war's. die hier gebohrnet haben super das hier einfach das ist einfach freefarm hier ich habe Angst, oder? muss das eigentlich stopp sein? Wieso sind wir so hart weg? 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 Wieso? 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 Okay, was er macht? Was ist das 1v2? Das ist passierbar. End post. Oh, ich bin out of mana. Out of mana! Wir müssen halt trotzdem hier deffen, Alter. Ist halt so schwer. Ah, come on! Ah, come on! Ah, come on! Hey! Weg! Hm, ja, der könnte bei mir sein. Ich muss auch passen. Ich bin aus dem anderen von N. Ich bin aus dem anderen Wozu. Hi, ich bin aus dem anderen Wozu. Wir müssen die Abstand gewinnen. Wir müssen jetzt mal! Wir müssen jetzt mal установieren. Wollen wir das 1 und 3-D. Wir müssen das 1-D. Wir müssen das 1-Keynen damit kommen. Wir müssen das 1-D. Das ist ein Hammer. Ich bin ein guter Schwerer. Ich bin ein guter Schwerer. Was ist das? und dabei zeit ab und so kleidens oder halt haben wir trotzdem was macht sie da Einfach weg! Einfach weg! Ich kann jetzt nicht einfach die Dings droppen. Ich kann einfach jetzt nicht droppen. Hier komm weg 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 weg. Holy shit! Easy doch noch sehr. Bestochen? Äh schlecht? Würde ich sagen. Bruder sie sind einfach runter geraten. Ein Farm ist halt immer noch kacke, Alter. 17. Minute, 117. Farm ist einfach komplett meh. Komplett meh. Wo bist du? Und dann läufst du weg. Lauf doch nicht weg, Mädchen. Ich hab keine Vision. Hey. Ich versteh das nicht, was macht sie? Ah, was mach ich? Ich hab keine Vision, ich muss hier weg. Ich weiß nicht, wo Diana ist, ich weiß nicht, wo Sven ist. Das komplett end, was ich mache. Wie gut ist Sven, ein 5. Wie gut ist Sven, ein 5. livre, ein 5. Einspared hab ich euch mal geflogen. aus glück dass ich keine minions habe diana könnte bot sein ich push mal einfach weiter einfach auflösen ich hätte warten müssen bis der dicke minion gestorben ist und dann es hat infinity ich habe meine infinity lasst mich mal da pushen stehen einfach alle gut oder unglaublich und dann gehen wir mal wieder ich kann doch für die 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 Oh, shit. Hallo. Hallo, was mein Tune? Was passiert? Alter Alles, wir haben aber dafür einen Tower, das ist gut Ich mach Mundo gar kein Damage Bruder, der ist so verpickt, Tänke, Junge Fucking Fleisch klopft, Junge Ich brauch halt meinen fucking Lord Dominic, Alter, bis ich dann wirklich Damage mache, ey Was Ja, guck mal, wir haben ja super viel gekriegt Die haben so viel abgerissen, Alter Sollen auf jeden Fall Baron forsen Und es geht Baum Baron Ich fixe mal Waves, also ich fixe mal hier meine Bot Lane Jetzt kann sie einfach hier mal existieren So, Mitte noch fixen So, und dann gehe ich für links Komm schon Free Hey Hey Ich kann mich halt nicht bewegen, Alter. Der f*** hat mich gestunnt. Hat sie geflasht? Ich glaube, sie hat geflasht, Ult nicht. Das ist die einzige Möglichkeit. Oh, wir haben so gezögert, Alter. Hätten wir nicht gezögert, hätten wir easy bekommen, ohne zu sterben. Aber nein, das wird immer gezögert. Keine Halt auf den Call, Alter. Alle zögern, 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 zögern. Oh, das ging jetzt schon da. Zögern, zögern, zögern. Hör doch auf den f*** Call, Alter, bitte. Einfach nur auf den Call hören. Geh mal am Boot. Wird einfach gef***ing gedroht, das Game, Alter. Wird einfach gef***ing gedroht, das Game, Alter. Ich, das geht jetzt. 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 Easy. Jetzt einfach weiter pushen. Ich, das geht jetzt. Ich, das geht jetzt. Lass mal schön lange, lange in der Base stehen. Weiter, weiter, weiter. Eben. Untertitelung des ZDF, 2020